Wie lassen Sie das, was es kosten? Da kostet er jede Minute, da kostet er eine Haufe Geld. Jede Minute? Ja. Richtig. 17 Stunden ab wie 17 Minuten. So. Langsam wäre jetzt fertig. Die Zeit deposiert in die Läser. Die Zeit ist noch gesprungen durch. Die Zeit durch die Flaschen und die Flaschen und die Flaschen. Die Flaschen kann man dann ein wenig ausgeben. Die Flaschen nehmen den Flaschen. Sie nehmen den Flaschen einen kleinen Flaschen. Sie nehmen den Flaschen. Die Flaschen könnten das nicht durchführen. Warum sind da so viele Steine in dem Kübel? Warum sind da so viele Steine? Ein Schirmständer. Ganz gut. Ganz modern. Jetzt kommt es wieder auf die Reise. Jetzt hat es früher bis unten geholt und bei der Leise. Wie heißt diese Alm? Erlehen Alm. Erlehen Alm. Liegt auf 1700 Höhenmeter.